Das ist die Motivation, aus der man heraus in diese Studiengänge geht. Man will die Welt in einem konkreten Bereich verbessern und die Informatik ist ein Werkzeug dafür. Der Studiengang heißt Informatik in Kultur und Gesundheit und es ist eigentlich ein ganz normaler Informatikstudiengang, nur dass wir gleich von dem ersten Semester an mit Anwendung anfangen. Wir bieten zu jeder Vorlesung gleich eine Übung an, wo ich entweder im Gesundheitsteil oder im Kulturteil vertiefen kann und gleich in die Anwendung reingehe. In diesem neuen Studiengang lernen wir viel mehr als nur die reine Informatik. Wir lernen nicht nur, wie gestaltet man eine Datenbank oder wie programmiert man schön und gut und wartbar, sondern wir lernen viel mehr. Wir lernen Interdisziplinarität. Wir werden mit anderen Menschen immer zusammenarbeiten. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren auch gemeinsam mit der HTW, mit immersiven Technologien. Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr an der ersten interaktiven Komposition gearbeitet. Wir waren das erste Konzerthaus mit einer Augmented Reality App. Und dieser interdisziplinäre Austausch, der ist unglaublich spannend und bringt beiden Seiten viel Mehrwert. Dieser Studiengang, der soll uns eigentlich helfen, genau die Lücke zu füllen, die wir jeden Tag sehen, nämlich Informatiker auszubilden, die fähig sind, Software zu entwickeln und Software anzuwenden, um Fragen aus der öffentlichen Gesundheit möglichst gut zu beantworten. Ich finde besonders unseren Campus hier sehr schön. Im Sommer saß ich schon das ein oder andere Mal hier an der Spree, im Sand, in Strandkörben. Und das ist immer besonders schön. Und ich finde auch, die Gebäude sind sehr gepflegt und besonders dieser alte Charme. Also mir gefällt es sehr gut hier. Was ich in Berlin toll finde und ich glaube, viele andere Studenten auch, hier gibt es ganz viele IT-Unternehmen, wo man dann auch direkt einsteigen könnte neben dem Studium. Das machen ganz viele Studenten, sodass sie im zweiten oder im dritten Semester dann schon anfangen zu arbeiten. Berlin als Stadt fand ich schon immer toll, sehr multikulturell, hat die Spree im Zentrum. Das ist auch eine wahnsinnig schöne Strecke mit dem Rad aus dem Zentrum hier zur HTW. Die Berufsaussichten nach dem Studium, die sind großartig. Es ist eigentlich egal, in welchem Bereich ihr wollt, ihr werdet etwas finden. Nutzt diesen Studiengang, um ein Thema zu finden, das euch was bedeutet, worauf ihr Lust habt und fokussiert euch darauf, hinterher einen Job zu finden, der euch einfach Spaß hat.